Hogwarts Legacy erscheint diese Woche und ich durfte das Spiel schon vor Release ein bisschen testen. Ich bin kein Harry Potter Fan und einige von euch werden mich jetzt wahrscheinlich dafür hassen, weil ich das Spiel eben spielen durfte, obwohl ich kein Fan bin. Aber hey, man will ja vielleicht auch Non-Fans in diese Harry Potter Welt rüberholen. Und das Spiel hat es tatsächlich geschafft. Ich werde mir jetzt vielleicht die Filme anschauen, die Bücher werde ich garantiert nicht lesen, weil so fasziniert von dieser Welt bin ich zwar nicht, aber das Spiel hat es mir echt angetan. Und wieso, werde ich euch jetzt gleich erzählen. Fangen wir einfach mal an mit der Optik, also mit der Grafik. Das Spiel sieht echt wunderschön aus auf der PS5 und es gibt so viele Momente, die dich einfach verzaubern. Und man fühlt sich echt in dieser Magiewelt. Man ist im Schloss und dann drehen sich irgendwelche Treppen, irgendwelche Wände, sind plötzlich Türen, irgendwelche Bilder verwandeln sich in Türen. Und das Ganze ist echt magisch, also passt eigentlich perfekt zum Spiel. Und das hat mich echt geflasht. Dann das erste Mal, wo ich aus dem Schloss rauskomme und diese wunderschöne Welt sehe. Es ist nicht überladen oder man sieht eigentlich nicht sehr viel, ja. Aber diese Schlichtheit und diese Ruhe, die dieses Spiel auch hat und diese Landschaft, das macht es halt wirklich aus. Und das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Kommen wir nun zum Gameplay. Und da hatte ich echt mega Angst, weil man spielt eigentlich nur mit diesem Zauberstab. Man hat sehr viele Zaubersprüche und man hat sehr viele Tränke. Eigentlich genau Sachen, die ich überhaupt nicht mag. Jeder, der mich kennt, der meine Streams schaut, weiß, oh nein, irgendwelche Tränke und Zaubersprüche. Es ist nicht meine Welt. Aber es hat so gut zum Spiel gepasst. Es harmoniert so gut mit der Steuerung. Man hat zum Beispiel für die verschiedenen Zaubersprüche, muss man nicht jedes Mal ins Inventar rein und irgendwelche Sprüche hinterlegen, sondern man kann sich mit der Zeit Sets freischalten. Also am Anfang hat man einfach eine Auswahl aus vier Zaubersprüche. Und wenn man später levelt, kriegt man Fähigkeitspunkte. Und damit schalte ich mir noch mehr Sets frei. Und man kann dann einfach durch die Sets switchen. Ich habe ein Set für Tierwesen. Ich habe ein Set zum Fighten. Ich habe ein Set für Rätsel. Und ich habe ein Set, was so ein bisschen vermischt ist. Ja, und das reicht mir vollkommen. Und es macht nun eigentlich viel Spaß. Ich habe davor Forspoken gespielt. Und dort war es am Anfang auch nur mit Fernkampf. Und ich hatte so ein bisschen Angst, dass das Spiel mir gar nicht gefällt. Bei Forspoken hatte ich dann später noch Nahkampf. Dann war es ja okay. Aber Harry Potter spielt man eigentlich nur im Fernkampf. Aber das Parieren, das Ausweichen und allgemein die Kombination aus Zaubersprüchen, Magie etc. ist echt super gut. Ich kann nichts anderes dazu sagen. Kommen wir nun zum Umfang. Und Achtung, hier könnte ich das ein oder andere spoilern. Und deswegen skippt einfach sonst dieses Kapitel. Keine Story-Spoiler, keine Angst. Also ich werde einfach nur sagen, was bei mir freigeschaltet wurde oder was eben alles in diesem Umfang drin ist. Nebst zahlreichen Nebenmissionen natürlich, wo man dann einfach irgendwelche Leute suchen muss oder irgendwelche Kräuter einsammeln. Das, was man eigentlich auch aus anderen Spielen kennt, ja. Bei anderen Spielen ist es halt oft der Fall, dass sich das Ganze extrem oft wiederholt und dann sehr, sehr langweilig wird. Bei Hogwarts war es sehr ausgeglichen. Also man hatte so fünf Nebenmissionen freigeschaltet. Dann hat man die gemacht, dann waren die weg, dann hat man die Hauptstory gespielt. Und dann sind wieder fünf aufgeploppt, ja. Und es waren immer so ein bisschen ähnliche Nebenmissionen, aber doch von der Geschichte her ein bisschen anders. Und das hat mir mega gut gefallen. Es hat einfach Spaß gemacht, so nach der Hauptmission wieder mal eine Nebenmission zu machen, ja. Und das war sehr, sehr gemütlich. Dann nach 15 Stunden, wo ich dachte, ich habe jetzt alles entdeckt. Was passiert da? Ja, plötzlich heißt es, hey, da draußen sind noch irgendwelche Tierwesen. Du kannst die einsammeln gehen. Ich so, okay, ja gut, wie, wo, was? Also so a la Pokémon-Style, wenn man irgendwelche Tierwesen draußen sieht, kann man die mit so einer Tasche einfangen. Und dann bei sich selbst, man hat, das kommt ja auch noch dazu, das gehört auch zum Umfang, man hat so einen eigenen Raum, den man gestalten kann. Und ich meine nicht gestalten im Sinne, man hängt einfach ein Bild auf, ja, das kann man zwar auch. Aber nein, du kannst dir eigene Werkbänke hinlegen, Heiltränke erstellen, du kannst Pflanzen züchten und, 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 und. Und du hast noch einen eigenen Raum für deine Tierwesen. Das bedeutet, die Tierwesen, die du eingesammelt hast, kannst du dort freilassen. Und wenn du halt nichts zu tun hast, kannst du da hingehen, diese Tiere füttern, streicheln, whatever. Ja, das ist eigentlich mehr, als das man bräuchte. Aber ich denke, ich muss es so sagen, für Harry-Potter-Fans ist das einfach ein wahrgewordener feuchter Traum. Wirklich, unglaublich. Danach eben Tierwesen einsammeln. Und plötzlich, ja, irgendwie bei 16, 17 Stunden kriege ich einfach so ein greifähnliches Wesen. Ihr könnt gerne in die Kommentare schreiben, wie dieses Wesen heißt. Und ich konnte einfach auf dem Rücken von diesem Greif rumfliegen, durch Hogwarts. Wie geil ist das denn bitte? Ich kann nicht nur damit rumfliegen, ich kann auch darauf reiten und einfach die Landschaft genießen oder, keine Ahnung, von A nach B reisen. Also, ich weiß gar nicht. Ich bin noch nicht fertig mit dem Spiel. Und vielleicht kommt noch mehr. Ich habe jetzt das Gefühl, es geht nicht mehr. Aber nachdem halt immer wieder was aufgeploppt ist, kann es gut sein, dass eben doch noch mehr kommt. Deswegen Umfang 10 von 10. Absolut Hammer. Nun zum Fazit. Ich wusste, das Spiel wird gut. Ich dachte aber, weil ich kein Harry-Potter-Fan bin, wird mir das Spiel nicht zusagen. Ich habe mich übelst getäuscht. Das Spiel gefällt mir unheimlich gut. So gut, dass ich sogar Dead Space, was ganz oben auf meiner Liste war, einfach mal zur Seite geschoben habe und Hogwarts gespielt habe. Und ich freue mich auch schon aufs nächste Wochenende, um einfach ein paar Stunden Hogwarts zu spielen. Und nicht Dead Space. Vielleicht Dead Space als Abwechslung. Aber Hogwarts ist aktuell bei mir auf Platz 1 auf meiner Prio-Liste to play. Hey, ich möchte unbedingt die Story noch beenden. Und ja, also so viel zu meinem Fazit. Das Spiel ist echt gut. Selbst als Nicht-Harry-Potter-Fan mag ich das Ding. Nun zur Kaufempfehlung. Ich werde ja oft gefragt, lohnt sich das Spiel, soll ich es mir kaufen? Es ist sehr schwer zu sagen, ob du dir das Spiel holen sollst. Ich meine, ich weiß ja nicht, wer gerade zuschaut. Bei meinen Freunden ist es klar, da sage ich, hey, du machst das, das, das. Das Spiel könnte dir gefallen. Ihr könnt gerne ein paar Spiele drunter schreiben, was ihr normalerweise zockt. Ob ich euch dann Hogwarts empfehlen würde. Aber grundsätzlich, ja, ich empfehle euch das Spiel. Ich hätte nie erwartet, dass es mir gefällt. Und es gefällt mir sehr, sehr gut. Wer also so ein bisschen über dieses Harry-Potter-Universum hinweg schauen kann, der kriegt ein wirklich gutes Spiel. Für Harry-Potter-Fans ist es eh klar. Die haben es sich wahrscheinlich eh schon vorbestellt und brauchen jetzt nicht meine Meinung oder sonst irgendeine Meinung. Und für die, die sehr, sehr skeptisch noch sind, schaut euch das Spiel bei einem Kumpel an. Schaut es irgendwo in Streams oder auf YouTube-Videos. Lasst euch nichts eintrichtern, sondern schaut euch einfach Gameplay an und denkt, ja, denkt für euch selbst, gefällt es mir jetzt oder gefällt es mir nicht. Ich kann nur sagen, es spielt sich verdammt gut, es sieht gut aus, es hat eine coole Story. Und ich bin ja so ein kleiner Soundfreak. Und auch der Sound ist bombastisch. Also wirklich, sei es mit Kopfhörern oder auf einer Surround-Anlage. Das Spiel hört sich einfach fantastisch an. Deswegen meine Kaufempfehlung grundsätzlich ja, aber schaut euch das Spiel trotzdem einfach mal in Ruhe an, bevor ihr es kauft. Das war es auch schon mit meinem Fazit oder mit meinem Video zu Hogwarts. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.